hi freunde und herzlich willkommen hier war ggaming flug wieder am start heute gibt es neue spc content ist donnerstag ist kurz noch als wir nur wir haben heute am start die top partien spc nigredo ist als spc am start und wir haben hier die fc pro open eine neue information lesen wir gleich durch von ea wir haben neue aufgaben werden was neues im shop und natürlich gehen wir rein in die morgige promo triple thread wir haben neuen loading screen am start wir haben links am start und alles gemeinsam schauen wir jeden tag hier im video an also let's go und rein da ja wenn ihr jetzt unterstützen wollt dass ich für euch am start bin vorne dann nehme ich gerne kurz die eine kurze zeit daumen nach oben da lassen ihr wisst bescheid fünf hundert likes heute das like ziel falls ihr neu sein solltet gerne kostenlos die glocke aktivieren einige von euch habe es heute nicht gemacht also holt es nach auf dem weg kriegt 60.000 daumen hinten und lasst mich gerne wissen eure meinung zum heutigen ea fc content in dem game ja und damit starten wir rein ich habe es gesagt erst mal mich hier der fc team nachricht und da heißt es fc pro open season 1 von fc pro beinhaltet fc pro open global qualifier also mache dich bereit für ein spannendes e-sports erlebnis sei bei den übertragungen dabei im zuschauer um zuschauer boni zu erhalten und achtung und zeige dein wettkampf können im spiel ja um die saison abzuschließen lassen die die chance nicht entgehen die welt elite im kampf um 20 plätze in den ea fc in den fc pro open und deinen gesamten preispolg von 1 millionen us dollar zu erleben also sie wollen natürlich wieder zuschauer generieren und da ist dann weiter wer wird eben als erster ea sports fc championship geschichte schreiben zuschauer boni gibt es jetzt als aufgabe in fc pro season das ist das wichtige und zwar kannst du dir auf twitch eben ja bei den übertragungen oder bei youtube eben die ganze das ganze ding anschauen und eben dann boni sichern werden wir detailliert alles natürlich noch bequatschen und ja deshalb starten wir mal rein und würde ich sagen direkt damit den ziel gucken was denn da eigentlich jetzt neues am start ist aus die perspektive ach wir haben sogar einen separaten tab das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet willkommen fc pro club heißt es da okay wir haben was ein mega pack untradable ah guck mal an also erst mal hier gibt es ein halb trinko spiele für partien in einem beliebigen modus im beliebigen modus um das trikot zu erhalten und dann verfolge eine beliebige fc pro übertragung insgesamt mindestens 90 minuten lang eine übertragung oder mehrere darunter fc pro open okay und spieltag zwei spieltag eins ist dann egal aber wie gesagt dann bekommen wir auf jeden fall hier prime gold profi pack und fc pro untradable einmal das pack mit natürlich dem heiltrikot und dann eben das mega pack wie das mit der verbindung aussieht ja ist es ja vor folge im fc pro übertragung und tritt eben im spiel an um ein trikot und pack boni zu erhalten alle boni sind untradable alle übertragung starten um 19 uhr da ist natürlich wichtig dass eben der jay das jay konnte zum einen eben mit dem zum beispiel twitch konto natürlich dann connected ist da bin ich vielleicht noch ein separates video dann morgen eventuell bringen und dann haben wir die fc pro season number one da gibt es sogar ein seltenes profi pack heilige mutter serie was ist da denn los was ist denn ihr hier im gönner modus alle boni sind untradable und hier heißt es dann okay oh wow zuschauer boni all right vier tage da verfolgen übertragungen mindestens 15 minuten lang die übertragung starten am 11 11 und am 12 11 jeweils um 18 uhr 60 minuten lang gibt es dann hey was ist das denn cool gewinne 4 und setzte dabei das trikot einer gibt es dann direkt das pack und den gruppen boden einfach freunde jetzt mal real talk das sind quasi free packs ich werde euch morgen wahrscheinlich einen separaten bonus upload zum mittag bringen wie das bitte verbinden geht verknüpfen dass wir das auf jeden fall hinkriegen ihr seht hier 26 tage zeit für das ganze obere vier tage für die jetzt eben season number one also da werde ich wahrscheinlich morgen dann mal separates video bringen damit ihr da auf jeden fall euch diese packs euch sichern könnt falls ihr das video wollt und braucht schreibt es auf jeden fall gerne in die kommentare dann weiß ich da bescheid ja lasst uns weitermachen ist es donnerstag das heißt wir haben natürlich auch top partien draußen und die lassen sich diese woche meiner meinung nach sehen die frage der frage ist natürlich bevor wir gleich auch natürlich zum nächsten event gehen also morgen geht es los mit der triple thread promo ich habe es im intro gesagt gehen wir rein in die leeks wir haben neue loading screen am start und vieles mehr aber die frage die sich eben stellt ist wie jede woche deutschstag jetzt die packs öffnen oder eben zum nächsten event und ich werde euch gleich leeks zeigen und dann könnt ihr mir gemeinsam die kommentare schreiben ob er denn er die top party packs eben ja morgen nach 19 uhr öffnet oder eben jetzt noch bis ja 19 uhr morgen quasi vor 19 uhr denn es gibt mega pack als gruppen reward zum einen und wie wir das kennen natürlich von den top partien spcs wir haben insgesamt vier partien wir fangen mal an mit real madrid gegen valencia denn da haben wir wieder folgende bedingungen am start real madrid spieler oder valencia spieler mindestens ein bitte also bei euch mal abchecken habt der real madrid spieler auch wieder bei den frauen abchecken oder valencia spieler denn die verkaufen sich natürlich ordentlich 76er gewählten squad das punkt 1 punkt 2 haben wir hier lazio gegen er oben das roma derby haben wir hier einmal eben die bedingung dass wir mindestens einen entweder von dem einen oder von einem anderen verein brauchen also die wenn jetzt nicht so hoch steigen da haben wir bett fica gegen sporting auch da liga portugalspieler mindestens zwei relativ easy portugalspieler mindestens zwei und auch hier seht ihr wie bei der einen spc 75er greatest squad ist hier nur am start hier mindestens silberlich spieler qualität und dann haben wir gegen anderlecht und die haben wir mindestens silber als spieler qualität auch das relativ simpel und insgesamt natürlich vier weitere tradable packs also da auf jeden fall definitiv reingehen die frage wie sagt die im raum steht jetzt noch öffnen oder eben erst morgen nach 19 uhr ich gehöre zur zweiten gruppe wir werden es öffnen natürlich morgen im nächsten video dann zur triple threat promo seid auch gerne dabei ich habe schon einige packs ready gemacht ich habe eben gesehen im shop schon einige packs am start da wenn wir auf jeden fall die fünf packs dann noch als edition dazu tun und wie ich finde einen richtig guten reward auf jeden fall hier bei den mega packs als gruppen reward haben wir lange nicht gesehen gute top 18 reward packs als gruppen reward sowieso nicht und dann haben wir jetzt in den zielen auch noch die packs quasi die wir uns ergattern also das auf jeden fall ein riesen win von ea ja dann aber alvaro negredo am start und das ist 86er grader card hier wird es interessant denn er ist natürlich auch wieder zwei wochen da aber alternativen alternativen fallen mir da direkt ein wenn wir auf den profi tab gehen dann haben wir da beispielsweise quasi zeitgleich ja ist genauso lange noch da quasi zwölf tage die jago aspas spc beispielsweise die aber drei segmente teuer ist bei der alnigredo spc sieht es wie folgt aus es ist nur ein segment ja und jetzt wird es interessant es ist ein 83er grader squad und ein spanier den wir abgeben müssen ja die frage es geht mal rein macht man den denn der vier stelle drei stelle hat 1,6 körpergröße hoch geringe arbeitsraten sieht erstmal ganz okay so aus stürmer mittelstürmer und dann bei 81 tempo ausgeglichenes tempo wir haben natürlich bombastischen schuss wie wenn die gredo halt kennen passspiel naja okay dribbling okay könnte auch besser sein und dann aber kofferprinzip bei 99 97 sprungkraft 99 stärker und 89 aggressivität also typisch an die gredo und ich muss ehrlich sagen da wir die letzte spcs sehr sehr weird hatten hat mich in erster linie jetzt erstmal überrascht dass du ein 83er grader squad ist aber was mal direkt einfällt auf gerade der position was es mit den alternativen auf sich hat werden wir gleich bei foot bin on detail besprechen und dann haben wir natürlich viel spiel spielstil am start tore haben wir hier drei stück am start power kopfball powerschuss und den angestellten schuss wichtig in die afc und dann haben wir den weiten pass auch noch als edition also ne gredo machen oder dann doch eher links liegen lassen das ist die große frage werden wir auch nachher on detail bei foot bin besprechen als nächstes wollen wir reingehen und zwar zum shop gucken da kurz rein gibt es wieder irgendein elementar teures pack wie sieht es aus was hat er uns da heute wieder ja hingelegt quasi wir haben am start im auto 250k pack ist jetzt bin ich gespannt was morgen kommt freunde ob da wieder direkt zum start morgen saftiges pack um die ecke kommt oder ob das noch ein paar tage auf sich warten lässt das auf jeden fall wahnsinn und da weiß ich gar nicht haben wir das noch preview pack am start ja komm machen wir das doch direkt bei eben auf preview pack ist da wie sieht es aus ea gibt uns oh wait hey ach nee falsch gesehen fra tesi wird's fra tesi schmeichel will kein guter kämpf ist da können wir links liegen lassen und hier seht ihr schon ein paar packs freunde einiges ready gemacht die cup heute ready gezockt alles fertig gemacht für euch extra also das wird sehr sehr nice dass da auf jeden fall morgen alles zu öffnen ja dann gehen wir mal gemeinsam rüber und schauen uns mal an wie das ganze aussieht bei footbill werden wir gleich konkret werden und bevor wir das machen gehen wir kurz auf den sbc überblick da haben wir zum beispiel am start für ja die marken match-ups geschichte geht der daumen nach oben wie gesagt 35k pack megapack schon alleine gruppen reward allein deshalb lohnt sich das ganze auf jeden fall rein zu gehen ihr könnt jetzt ordentlich profit machen durch die voraussetzung gerade bei valencia gegen rhein madrid guckt also euren verein auf jeden fall durch und dann haben wir negrino für mich wie gesagt sehr sehr günstig wie ich finde hätte ich jetzt nicht erwartet kommt trotzdem jetzt sehr negativ an ich könnte mir vorstellen und bin lädt wieder ewig das ist an den alternativen liegt das könnte sein muss aber nicht sein während football jetzt hier wieder lädt und die server leider hier irgendwie dauern sind seit ein paar tagen gucken wir uns jetzt mal konkret an und zwar hier die triple threat promo ja wie sieht es damit aus freunde das ist der neue loading screen die wir konkret am start haben und ja wie ich finde auf jeden fall der lässt auf jeden schon mal hoffen dass was gutes um die ecke kommt wir haben es gestern schon teilweise besprochen und zwar dass wir natürlich zum einen hier die heroes eben inkludiert haben in dieser promo und ja hier können wir schon einige kandidaten sehen aber wie wir es natürlich kennen einiges ist auch schon geleakt also was ist mit der promo auf sich hat wie das ganze funktioniert werde ich euch auch gleich näher bringen machen wir mal weiter und zwar mit den ersten leaks damals zwei einmal hier den franzosen kakare am start ja er kommt als allrounder wenn es denn so oder so ähnlich dann aussehen wird erinnerung an euch freunde es sind natürlich jetzt hier ja stats die ich euch zeige die natürlich nicht 100 prozent confirm sind also das sind als predictions wo ihr euch sicher sein könnt ist eben bei den namen und da können wir den auf jeden fall schon mal aufschreiben als nächste person haben wir hier athenia am start von real war dritt also wir hatten schon mal fest hier okay hier ist leon am start okay hier ist real madrid am start und dann machen wir weiter und zwar greenwood da haben wir menschen das city am start auch hier eine innenverteidigerin die kommen wird außerdem geht weiter mit einer weiteren frau mit kirby von chelsea warum sind jetzt so viele frauen am start zeige euch gleich wieso das so ist und dann haben wir hier wieder ja ist jetzt richtig real madrid kavajal card am start die kommen wird und ja wie gesagt auch hier nochmal stats are predictions also da bitte jetzt hier nicht komplett auf die ratings gucken oder auf die stats an sich bitte das wie gesagt erst mal außen vor lassen und dann aber gallega was haben wir da wieder am start auch wieder chelsea okay woraufhin könnte das deuten zeige ich euch gleich und dann haben wir die heroes die erst am start gewut zum einen der kommen wird habt ihr vielleicht auch schon mal football gesehen warum war der vorne mit dabei natürlich weil er geleakt worden ist gewut können wir uns auf jeden fall darauf freuen er wird eine triple threat hero karte bekommen ginola wird auch mit dabei sein ich denke das ist der aus dem loading screen wenn mich nicht alles täuscht also vom vom design her könnte das auf jeden fall definitiv stimmen ginola auf jeden fall der da kommen wird ebenfalls legor dann haben wir morientes am start spanien hero und dann geht es weiter mit einem coit als zom als hero karte gehen wir kurz weiter durch kohl ist eine der nächsten die kommen wird und tourie ja der big man freunde dass es absolut wild er wird einfach jetzt schon ich weiß nicht wo ihr mit uns dahin will das ist wahnsinn ja wir haben den 9.11 und die a wird es sich so eine triple threat tourie karte geben das ist unfassbar und da natürlich auch was ist es ja richtig natürlich manchester city ja also das wird sehr interessant hier aber da paris am start mit kashaoui die kommen soll kommen wird anscheinend da wird es auch interessant sie hatte schon die team of the week karte im team of the week 1 gehabt sehr beliebt bin ich mal gespannt auch sehr auf den preis und vor allem das upgrade der jeweiligen karte zum team of the week und dann habe ich euch mal hier kurz zur erklärung wer wie sieht es denn eigentlich aus mit dieser triple threat promo da hat futscheriff gesagt okay es wird wohl so aussehen dass eben drei spieler desselben vereins eben dabei sind und er geht davon aus dass eben dann ein mann eine frau und eine hero karte für die ausgewählten teams dabei sein werden wem möchten ihr als triple threat spieler sehen dass jetzt auch die frage die ich an euch stelle was ist eure meinung war ja der spieler der vielleicht jetzt hier an dieser stelle noch fehlt interessant ist dass er und das war bevor er diese leaks rausgehauen hat die wir uns jetzt gemeinsam angeschaut haben hier in dem bild noch eine großkarte am start hat athenia da ja eben geleakt interessanterweise und das ist jetzt die frage wie das ganze aufgeht groß hatte er ja eigentlich als centurions karte geleakt vor einer oder vor zwei wochen ich weiß gar nicht wie lang es hier ist und deshalb wird sehr interessant wie diese großkarte am ende des tages jetzt ins game kommt oder eben nicht weil wir hatten ja eben auch am start als league die kavajal karte also anstatt groß ist es ja anscheinend kavajal dann aber athenia und orient ist eben beispielsweise am start gehabt und dann hatte ich als beispiel zum beispiel noch barcelona hier am start also da frage ich mich zum einen kommt jetzt überhaupt groß weil groß hat er jetzt bis jetzt überhaupt nicht in den triple threat leagues sondern hatte er beim letzten mal anscheinend ja fälschlicherweise falsch eben dann in der leagues da bin ich auch sehr irritiert muss ich ehrlich sagen ja weil es sonst einmal konkret eigentlich richtig liegt da weiß ich nicht ob er beispielsweise geht und einfach sagt ne komm da ändern wir jetzt irgendwas ab aber warum sollten sie das machen verstehe ich nicht ganz also bin ich mal gespannt ob jetzt dann am ende des tages vielleicht doch noch eine großkarte früher oder später kommen wird ja was auch noch kommen wird auf jeden fall die nächsten tage freundlich eine jiru karte auf die wir uns freuen können und das ist wahnsinn wir haben ja die team auch die karte von ihm als torwart am start jetzt hier als endlich stürmer karte da bin ich sehr gespannt über das in der prediction das ganze wie die stats am ende des tages aussehen bin ich sehr gespannt darauf können wir uns aber freuen falls ihr also futter habt überlegt euch wo ihr es rein packt denn auch mit am starten der sollte auf jeden fall dann morgen kommen eventuell schon vor 19 uhr eine martinez karte wie damals mit leao martinez wird kommen wahrscheinlich dann eben auch schon morgen als potm und dann die frage was ist mit dem futter wir werden auch gleich noch mal kurz über das futter sprechen in bezug auf markt crash was gestern abend los war seitdem die silva spc los war werden wir gleich noch kurz bequatschen denn es wird und zwar es geht weiter mit den base heroes beziehungsweise hero packs und eigen packs denn es wird der base hero pack spc anscheinend geben und eben eigen spc pack maximal 89er pack das ist hinzugefügt worden und bald verfügbar ist es oder bald verfügbar wird es sein ja also das auf jeden fall mal im hinterkopf festhalten wie das ganze dann aussieht vor allen dingen preislich da bin ich sehr sehr gespannt was sie uns dann da präsentieren wird ja bleiben wir bei der negrino karte gehen wieder zurück zum aktuellen die afc konnte uns zu den spcs futter hat ja zu glück geladen wie gesagt was ich gar nicht gut bei ihm finde und vielleicht sind deshalb die downvotes ist natürlich agility und balance da ist die frage merkst du das ingame das könnte eine karte seien die jetzt erst mal von den gewissen stats so ein bisschen fälschlicherweise ja im endeffekt dann irritiert den ein oder anderen ingame sich anders anfühlt als das was wir jetzt hier auf jeden fall erst mal sehen was wir aber festhalten können ist dass wir natürlich einen massiven pace boost haben also 31 pace boost 10 schuss wir haben 10 passern darauf 10 dribbling 10 depth und zwölfer physis also wer muss diese spc machen na ja auf jeden fall kadis fans definitiv ich würde sogar sagen innerhalb dieser zwei wochen ist das eine spc die man wahrscheinlich so oder so eben bei nebenbei mitnimmt ein 83 grader scott freunde sagen wir ehrlich daran wird es am ende des tages nicht scheitern und insofern wenn er dann zum beispiel nur noch 24 stunden da ist und ihr egen noch 83 gehabt beispielsweise dann geht ihr einfach rein holt euch den mit der hatten heiße physis der hat 990 herding accuracy und für den preis erstmal so ganz grundsätzlich natürlich nicht schlecht wir haben 86 geradete karte auch da können wir zum beispiel jetzt mal hingehen und sagen okay cheapest players bei rating 86 geradete karte das sind wir fast schon gucken wir an 17 kars 87 geradete also leicht teurer als die 86er im world's case ist vielleicht spc futter noch aber ich sag mal da haben wir schon von 8 perspektive schlechter gepreiste der spcs gesehen die frage ist nur da wollte ich eigentlich jetzt mit euch hin was nigredo angeht aber hier mit dem laden das geht ja gar nicht freunde der sonne und zwar bei den spielern von den spaniern so freunde da hat futter bin immer noch nicht fertig geladen aber ich wollte aber kurz alternative mäßig zeigen was denn da los ist also in der liga gerade natürlich in der offensive haben wir zum einen natürlich ganz klar lewandowski am start viele und ich glaube ihr seht es auch immer spielen natürlich auch einen grießmann zum beispiel in der offensive und haben den egal ob als team of the week oder als normal karte beispielsweise oder eben am ende des tages sogar hier natürlich als weitere special karte am start als 89er geradete zum anderen haben wir relativ früh schon der rodrigo karte bekommen auch der kann stürmer spielen wir haben andere silber bekommen als günstiger spc der wird sich wahrscheinlich noch weiter upgraden also da ist eine weitere option die vor allen dingen auch günstig war jaguar spas habe ich eben schon angesprochen klar die spc ist auf jeden fall teurer aber auch eher wenn ihr den jetzt schon gemacht habt stellt euch die frage geht gehe ich dann überhaupt noch eine credo rein dann haben wir zur promo auch noch gekommen der korea karte viele sind bei kubo beispielsweise reingegangen auch den gibt es als trailblazer beispielsweise noch also gerade auf der position haben wir natürlich wirklich zahllose alternativen ob es dann noch in die pay ist haben viele beispielsweise evolution gemacht also das können wir jetzt sofort führen da gibt es auf jeden fall gerade auf der position gesehen viele alternativen und dann würde man eher wahrscheinlich dann abstand nehmen von eben genau dieser necredo spc weil die ganzen websites down sind sind wir jetzt mal jeweils am start eure hoffnung dass das ganze hier auf jeden fall funktioniert wird schon von da ich wollte ich euch unter anderem noch zeigen oh mein gott es geht noch weiter nach unten naja jetzt ist er bei 147.000 münzen das ist ja absoluter wahnsinn haben wir ja auch ein graf ja das sieht sehr gut aus also 180k war ja beispielsweise gestern noch freunde und der ist immer noch weiter am fallen war zwischendurch jetzt bei 155k 150k jetzt geht es in richtung 140k also das ist das was ich eben meinte mit natürlich auch markt crash also seit gestern das soll ich hier auch um die ecke gekommen ist seitdem gestern dieses hilwe ist bis hier um die ecke gekommen ist gerade was futter betrifft einfach eine absolute eskalation was die preise betrifft gerade von den high rated karten 192k jetzt ist halla karte beispielsweise ja es geht langsam 50k günstiger jetzt als sonst also was das futter betrifft da ist auf jeden fall ist eine gute option da auf jeden fall zuzugreifen natürlich haben wir weiter die großen fische mit am start aber wir können uns gerade ja die großen spieler auch anschauen beispielsweise der mvp karte ja ihr seht es hier ja 73.000 runtergefallen also selbst die großen das ist jetzt keine ja es sind kleine preise dann aber im großen und ganz und das will ich euch eben nahe bringen ist eben hier ein markt crash definitiv zu sehen raff ratchford sehen wir hier beispielsweise gut er war gestern sogar teilweise unter 90 100k hier sehen wir sogar teilweise auch auf dem graf ist jetzt wieder bei 100k wie gesagt das ist nur eine momentaufnahme aber grundsätzlich guckt euch mal das futter an und überlegt mal okay geht er da vielleicht in den einkauf geht er nicht wir konnten generell noch mal kurz die ja quasi cheapest platte rating anschauen also da sehen wir beispielsweise 86 graded karten zum beispiel bei 12k richtung 10k gehend 85 graded karten 87 graded karten hier bei 16 70k und dann geht es los 90er nur noch hier bei 50 hurricane beispielsweise können wir uns mal anschauen wer das ganze lädt ja auch jetzt langsam gefallen also ich würde gucken was futter und so betrifft euch vielleicht teilweise einzudecken wenn der preis sind schön macht auf jeden fall erstmal die top partien spc holt euch das futter und dann ist die frage natürlich habe ich euch gezeigt was für spcs uns erwartet also da würde ich natürlich auch noch überlegen ja wie nutzt sie das futter jeweils und dann überlegen okay wo pack ich das futter dann am ende des tages rein wir werden uns auf jeden fall morgen natürlich einiges futter auch durch die packs holen also holt euch erstmal die free packs und dann würde ich sagen definitiv für mich heute der content of the day sozusagen lasst mich ja mal auch mal dazu auf jeden fall sehr sehr gerne wissen ja für mich fc pro freunde im endeffekt sind gerade das alles ja im endeffekt free packs weil eben nur fürs schauen wir können tap nebenbei aufmachen ja das ganze muss verbunden sein klar aber am ende des tages ist es halt wirklich hier wunderbar schön easy gemachte rewards also da fett g an die hier alleine 50k pack hier allein mega pack freude das auf jeden fall absolut wilder geschichte sehr sehr gut gemacht sehr sehr gut gemacht von die elf wie ich finde und das habe ich so an dieser stelle auf jeden fall nicht erwartet diesen gönner modus von ea lasst mich gerne wissen was es für euch heute der content of the day sozusagen lasst mich gerne wissen in die kommentaren hier könnte jetzt gerne ein weiteres video abchecken und wie gesagt falls ihr da ein separates video sehen wollt mit dem ganzen connect und so weiter und so fort das ist auf jeden fall reibungslos funktioniert haben ja einige probleme mit dann mache ich da auf jeden fall gerne morgen mittag video für euch ready viel spaß jetzt hier bei dem video und dann sehen wir uns gerne morgen auch zum neues video content zur neuen triple threat promo also haut rein bist du jetzt war euer flo von noch zugegaming ciao a lot